Wir erklären euch in diesem Video Artikel 6 und 15, in denen es sich um Menschenrechte geht. Der Mensch hat überall auf der Welt die gleichen Rechte, die ihn schützen sollen. Die Menschenrechte sollen zum Beispiel dafür sorgen, dass man vor Ausbeutung, Folter, Verfolgung, Sklaverei und weiterem geschützt wird. Jeder hat das Recht, zu einem Land zu gehören. Niemand darf dieses Recht verbieten oder wegnehmen. Niemand darf es einem verbieten, die Staatsangehörigkeit zu wechseln. Big Media Big Media Big Media Big Media